Alle Jahre wieder. Gemeint ist nicht das Christuskind, sondern der Münsteraner Herbstsend. Dreimal jährlich findet Münsters größtes Volksfest am Schlossplatz statt und zieht über eine Million Besucher an. Etwa 200 Schausteller sorgten vom 27. Oktober bis zum 4. November für die altbekannte Atmosphäre. Doch wie jedes Jahr gab es auch Änderungen. So zum Beispiel, wo das Omas Gurkenstand, Gurkenstand. Ganz neu dabei, Infinity. Mit einer maximalen Höhe von 65 Metern ist es das größte mobile Looping-Karussell der Welt. Nicht ganz so hoch, dafür aber deutlich mehr Rotation gab es im Propeller. Und nicht zu vergessen, den schlanken Bruder vom Riesenrad. In 80 Metern Höhe konnte man entweder die Stadt von oben bewundern oder um sein Leben bangen. Nach dem Höhenflug und den eisigen Temperaturen darf man sich zur Erholung auch eine Manta-Platte gönnen. Die Enttäuschung, dass es sich dabei nicht um ein Fischgericht handelt, war jedoch nur von kurzer Dauer. Und nicht zu vergessen, dass es sich dabei nicht um ein Fischgericht handelt, war jedoch nur von kurzer Dauer. Bis zum nächsten Mal.